Dann machen wir einfach weiter. Schließe er mir die Tür auf. Ich bin in Gefahr, hallo. Ist der Schüler gerade explodiert? Naja, passiert manchmal. Aber der ist braun! Der Hornschwanz. Der widerspricht dem Muster. Es gibt keinen gelber Drache. Ich muss mich jetzt ernsthaft in Harry verwandeln. Na, checken. Ihr könnt euch ja alle in Harry verwandeln. Falscher Film, by the way. Ach, das Level wird auch scheiße. Ah, da muss ja sowieso eine Person nach unten. Hm. Also war das vor allem unnötig, was ich gemacht habe. Gib mir Hagrid wieder. Hagrid! Mr. Hackfleisch! Also theoretisch zumindest Felgen würde ich hier durch die Lücke passen. Na, theoretisch. Praktisch wiederum nicht. Ich hab's doch durchgeschafft. Irgendwie. Hackfleisch! Stopp! Warum hat der Hund sich verwandelt? Gut. Äh, wie ging das hier nochmal? Nicht zerstören. Hey Hohenschwanz, der nicht Geld isst! Boomstrang-Schüler! Cedric! Er ist gelb! Er ist der letzte Drache! Drachendompteur! Leider fehlt uns noch Hufflepuff. Weil ich das Xynophon verpackt habe. Ey, sieben Millionen. Und Schülern Gefahr gerettet. Jede Sekunde. Yee! Jetzt tun wir es nochmal! Dann müssen wir es nicht einmal 20 mal betreten. Und jetzt, was ich hier hinlaufe... Lass mal ein paar tausend Stutz einen sammeln. So, schnell durchlauf. Schnell durchlauf. Beeilung. Da ist doch dein Cup-Baby. Das klang sehr fies. Was kann das Baby dafür, dass das Xylophon verpackt war? Es war zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Kann ja mal passieren, ne? Ja, 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 ja. Autsch! Das hat ich gar nicht getroffen. Es hätte mich aber treffen können. Was geht ums Prinzip? Es geht immer ums Prinzip. Hey, Grit! Zieh! Wobei, muss er nicht schlafen? Weil wenn ich jetzt was anderes anklicke, dann sagt er nein. Ich hab jetzt nicht aufgepasst. Welche Farbe hast du genommen? Rot-Gelb. Zur Not muss ich nachgucken. Rot-Gelb. Grün. Grün-Gelb-Blau. Gelb. Blau. Was ist, wenn ich jetzt eine andere fahre? Sagst du direkt nein? Ja. Also muss ich im Grunde ihn zuerst zum Schlafen bringen. Aber hab ich die Griffendor-Reihenfolge nicht schon versucht? Gut. Ich kann dich nicht abschießen, ne? Da vorbeigehen kann ich auch einfach nicht. Die Drache muss schlafen. So, wie war's nochmal? Du, du, grün und dann... Nein, blau, ja. Dann grün. Sorry, ich hab ultra kurzes Zeitgedächtnis. Ja, gute Nacht, Drache. Riffendor, Slitherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Slitherin, Ravenclaw, Hufflepuff. Riffendor. Ravenclaw, Hufflepuff. Riffendor, Slitherin, Ravenclaw, 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 Hufflepuff. Vielleicht rückwärts. Vielleicht rückwärts. Gryffendor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slitherin. Hufflepuff. Ravenclaw, 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 Hufflepuff. Slitherin. Hufflepuff. 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 Oh, Mr. Dragon. Fräulein Dragon. Sorry. Eins von drei. Eins von drei. Wieso war das? Oh, ich hab doch... Wir griften doch schon. Ich versteh nix. Ne! Ja, das versteh ich auch nicht. Wieso habe ich denn die Schluck auf? Zwei von drei. Autsch. Ein schönes Gehirn. Das war dein Hintern schicken. Ja, aber nach der Aktion ist mein Hirn leider im Arsch. Sorry. Das war zu viel Logik. Mit dem Xylophon. Und vor allem, wieso hat sich das verbuggt? Hühnchen! 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 Einfach weggefetzt. Armes Hühnchen. Armes Hühnchen. Autsch. Nein, Hilfe! Ich bin gefangen. Hilfe, 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 Hilfe! Ja, das ist nur Feuergeist hier zum Abfacken. Autsch! Darakta! Den kriege ich! Harry, eine Drachenaufgabe. Den hatte ich echt nicht? Okay. Dann haben wir ihn jetzt halt. Mischte Harry Potter! Aber das heißt auch, dass ich alles bei der Verfolgung gesammelt habe. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. 3 von 3 und da oben ist irgendwo 3 von 3. Na, checken. Bei der Verfolgung mit Aragok hast du ja auch alles gesammelt. Naja, bei Aragok konnte ich nochmal zurückfahren mit dem Auto. Am Drachen konnte ich, glaube ich, nicht vorbei bei der Verfolgung. Gluck, gluck, gluck. Ich kann zwar alternativ auch einfach auf Hagrid wechseln, was ich dem dabei habe, aber... Puh! Oh, mit dir. Auf und davon. Wehe, mein Trank-Effekt geht jetzt davon. Wehe. Ich werde einfach nur so set. Hier bleiben. Hallo? Ich habe mich nicht weiter bewegt. Schiebung. Was soll der Müll? Ich werde wieder manipuliert. Manipuliert. Manipulation! Ich verlange Schadensersatz. Chicken, wer seinen Namen in den Feuerkelch wirft, ist damit einverstanden zu sterben. Bei dem Turnier sterben Menschen. Steht doch im Kleingedruckten. Ich weiß, alle waren abgelenkt von Ruhm und Ehre und das Preisgeld. Und deswegen ließt niemand das Kleingedruckte. Weil sie alle von den schönen Sachen abgelenkt sind. Abgelenkt. 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 Kann ich den Drachen nicht mit irgendwas ablenken? Nicht mit meinem Gesicht. Das geht nicht. Gesicht, Hermine. Ich brauche deine Katze. Ähm, tschüss. Was ist heute mit der Physik-Engine los? Autsch. Ja, danke. Autsch. Autsch. Hallo? Kannst du mal aufhören, den Legostein wegzufetzen? Hm? Ist der jetzt in der Zeitschleife gefahren, wenn das dafür immer wegfliegt? Hab ich noch mehr ver... Wie soll ich denn das Level beenden? Was hat das Spiel gegen mich? Du versuchst es zu kompletieren. Oh,住 Mann. Das ist so determine... Chicken. Oh.